Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Torben und heute reagieren wir wieder auf einen weiteren Song und zwar ist das Joyner Lucas, I'm Sorry, ist schon definitiv ein älterer Song, ist von Mitte 2016 aber das Thema ist in der heutigen Zeit einfach auch wegen Corona und so weiter allgegenwärtig wieder omnipräsent, würde ich mal so sagen, ja, wie Kollegah sagen würde ja, wie man hier schon sieht, Telefonsorge, es geht hier um ein Musikvideo und das Thema Suizid also Triggerwarnung hier auch von mir, falls ihr da Hilfe braucht, wählt hier unten die Nummer rund um die Uhr zur Verfügung, kostenlos und vertraulich wird das Thema behandelt ich würde mal sagen, Wiedergabe und Vollbild ja, wie man hier mitbekommt, er versucht einen Selbstmord zu machen und, ähm, ja, wie man, äh, so ein bisschen erfahren hat von Joyner Lucas, ähm, ja, Leben das ist, äh, glaube ich, sein Cousin, das ist sogar in echt also passiert und, äh, wie er auch schon hier sagt Go ahead and call me a coward and say I'm not strong because I'm not like you äh, go ahead and call me crazy because I live in a maze, tell me how about you also, das ist, ähm, der Anfang von dem Text, den er jetzt rappt natürlich rappt Joyner Lucas beide Texte einmal von der Sicht des Cousins und später kommt auch noch die Sicht, äh, von ihm ähm, mega interessant, dass man einfach beide Perspektiven sieht ähm, ja, ich würde mal sagen, weiter geht's ja, hier sieht man's äh, liest er den, äh, Abschiedsbrief ist ja, äh, meistens so, dass Leute, wenn die Suizid planen, dass sie wirklich nochmal einen Brief schreiben für Familie, also Mutter, Bruder, Schwester Cousin, Cousin oder Onkel oder Großeltern oder selbst sogar die Kinder äh, wenn die Elternteile sind oder so ähm, ja, und er rappt hier, ähm, sein Cousin ähm, ja rappt halt einfach, äh, über seine aktuelle Situation oder einfach die Situation, die er so die letzten Jahre, Jahrzehnte hatte und, äh, ja, dass er einfach ein schwieriges Leben hatte und dass er einfach keine richtige Lösung findet für die Probleme, die er hat Ja, ich weiß, was ich, was ich ja wie er auch schon angesprochen hat wieder im text also es geht um depressionen die er hat und er wird sie einfach nicht los und er hat sich schon überlegt wie es ohne die wäre und ob er einfach dann lächeln würde also left like you hat wird ja glaube ich geräbt definitiv ja eine harte beschreibung einfach ja wie einfach seine probleme seine situation sind extrem hart ja und hier eine der schlimmsten lines suizid gefährdet seitdem er 9 ist und es interessiert ihn einfach nicht mehr wie er sich selber fühlt also er hat sich schon aufgegeben kann man so sagen obwohl es eigentlich immer eine lösung gibt also es gibt einfach immer eine lösung selbst wenn man dann einfach mit einer anderen person sprechen sollte was einfach schon der erste richtige schritt in die richtige richtung ist ja sich wirklich eine person ansprechpartner zu wenden hier spricht das auch an bullying also ja das mobbing thema ist ich denke mal bei vielen kindern kinder können gegenseitig asozial hoch 10 sein ich selber habe morgen mitbekommen in meiner schulzeit und ja ist definitiv schwierig sagen wir es mal so und ich kann mir schon vorstellen dass es bei vielen leuten dann wenn sie älter werden oder selbst schon im kindesalter vieles kaputt macht in der seele das mobbing und ja sowas sollte man versuchen wirklich man müsste es schon versuchen als kind sich irgendwie eine ansprechpartnerin oder so zu wenden und dieses problem was da entsteht mit dem mobbing einfach direkt zu bekämpfen es darf einfach gar nicht so weit kommen dass das es mobbing gibt man müsste das an schulen aufklären was es überhaupt für folgen hat wenn zum beispiel jetzt ein kind von der ganzen klasse oder so gemacht wird oder von der ganzen gruppe oder so ja das richtet viel schaden an ja wie man jetzt gesehen hat er hat er konnte nicht mal mehr den abschiedsbrief fertig schreiben denn der stift ist leer gegangen und ja dann hat er es einfach gemacht hat sich selbst erschossen und jetzt folgt die szene wo joiner lucas sein kose tot in der wohnung findet im haus extrem hart bis dahin bis dahin Ja, wie man hier sieht, als höchstwahrscheinlich nicht die tote Person findet sein Cousin, er bricht komplett zusammen, was selbstverständlich ist in so einer Situation, das würde jedem passieren, weil es einfach schon zu spät ist, man kann keinen Notarzt mehr rufen, man kann gar nichts mehr machen, man kann einfach nur noch zusammenbrechen und einfach komplett, man geht komplett Mentalbruch in dem Moment als Angehöriger, der das entdeckt und ja, ich fand das schon das erste Mal, als ich das Video angeguckt habe, extrem krass, wie er da reagiert, auch im Video und das kommt einem zu real vor, wie er da reagiert, als wäre das wirklich eine echte Aufnahme, was es natürlich nicht ist, aber einfach extrem krass von Joyner Lucas, auch wirklich einer der besten Musiker der USA oder, beziehungsweise einfach weltweit, einfach die Songs und die Themen, die er anspricht, sind so wichtig in der Gesellschaft, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, in jedem Land der Welt, ja, gibt's Suizide, zum Beispiel auch in Japan gibt's den Suicide Forest und so weiter, ähm, ja, das ist ein Thema, über das man viel mehr, ähm, ja, Aufklärung betreiben sollte, ähm, gehen wir mal weiter im Video. Ja, wie man hier auch sieht, jetzt sind sie bei der Beerdigung, äh, der Sarg ist offen, man sieht hier sogar die, ja, die, die, die Schusswunde, die er sich selber zugefügt hat, im Suizid-Moment und jetzt kommen Familie, Verwandte, Freunde und sie verabschieden sich, was, äh, einer der traurigsten Momente sein muss, für jeden von den allen. So, und nun folgt der Switch, wo Joyner Lucas anfängt, aus seiner Sicht zu rappen, wie er das, äh, gesehen hat, sagen wir's mal so, ähm, den Suizid seines Cousins und hier im Hintergrund, ähm, wenn ich's richtig mitbekommen hab, ähm, müsste aber so sein, das ist der Vater, beziehungsweise der Onkel von Joyner Lucas, also der Vater vom, ähm, ja, seinem Cousin, der sich umgebracht hat mit dem Kopfschuss. Was ich auch extrem krass finde, dass, äh, ja, er hier, ja, so'ne Art, äh, ja, äh, Pastor, Priester, kann man's so nennen, spielt. Der Blick sagt schon mehr als tausend Worte, ähm, Wut, Enttäuschung, er hat wahrscheinlich jedes Gefühl, in jedes negative Gefühl, was es so auf der Welt gibt gerade, in diesem Blick. Äh, wirklich alles, Hass, Trauer, Wut, Aggression, äh, ja, einfach kein Verständnis dafür, dass so was Schlimmes passiert ist. Ist auch sehr interessant aufgebaut. Also, seine, seine Perspektive fängt erst mal so an, so, wieso hast du das erst mal gemacht? Und dann switcht er so langsam hin in, verdammt, könnte es an mir liegen, dass er das gemacht hat. Hätte ich ihm nicht helfen können. Hätte ich ihm nicht helfen können. Das muss auch, ähm, ja, für seinen Vater, also für den Onkel von General Lucas extrem schwieriger Moment gewesen sein. Wahrscheinlich auch der, dieser Videodreh, äh, extrem hart, das, äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaub, die Elternteile und die Geschwister, ähm, wenn die das erfahren, dass jemand da einen Suizid, ähm, gemacht hat, ähm, ja, da geht die Welt unter. Und nicht nur für einen Tag, das, äh, sind Wochen, Monate, Jahre, können, könnt ihr wirklich, äh, ja, verstreichen im Lande. Bis es einen selber dann wieder besser geht. Aber wie auch schon Joyner, äh, Joyner Lucas sagt, ähm, ja, wie, 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 wie konnte er so egoistisch sein? Also jetzt switcht er so langsam so ein bisschen, so ein, so ein Unverständnis, so ein bisschen Aggressivität auch, wie, wie überhaupt so, so eine Scheiße passieren konnte. Ja, Browdy, da sagt er sogar den Namen. Also jetzt, ähm, ist, diese Worte sind wirklich an ihn komplett gerichtet, an seinen, äh, toten Cousin. Ja, und jetzt kommt wieder die Hook. Ja. Das, äh, ich könnte jetzt die Lyrics, ähm, euch noch vorher lesen, aber, ähm, könnt ihr auch gerne googeln und einfach mal den Song abspielen und dann einfach euch mal den Text durchlesen, von beiden Perspektiven, plus zweimal die Hooks, also, ähm, das ist, äh, zu krass. Einfach zu krass. Und ich finde, sowas sollte man auch selber durchlesen, das, äh, ja, das, äh, trifft dann auch mal anders und, ähm, man nimmt das nochmal anders auf, sagen wir es mal so. – It's okay, I'm sorry. But it's too late, I'm sorry. So much wailing on me. I don't wanna live to see another day, I'm sorry. But I can't stay, I'm sorry. So much wailing on me. Make sure you tell my family it's okay, I'm sorry, it's too late, I'm sorry, so much pain, you know me, I don't wanna listen to see another day, I'm sorry, but I can't stay, I'm sorry, so much pain, you know me, make sure you tell my family it's okay, I'm sorry, it's too late, Ja, sagt meiner Familie es ist okay, es tut mir leid, das sind wahrscheinlich sogar die Worte wirklich aus dem Abschiedsbrief und wie man hier sieht, der Pastor, der Priester, der Vater ist, der Onkel von Joyner versucht ihn jetzt so ein bisschen zu beruhigen, weil er halt wieder komplett zusammengebrochen ist, wahrscheinlich hat er auch da Flashbacks bekommen von, ja, als er ihn gefunden hat. I'm sorry, so much pain, you know me, I don't wanna listen, see another day, I'm sorry, I can't stay, I'm sorry, so much pain on me, make sure you tell my family it's okay, I'm sorry, it's too late, I'm sorry, so much pain, you know me, I don't wanna listen, see another day, I'm sorry, but I can't stay, I'm sorry, Ja, eine Person führt einen Suizid jede 16 Minuten aus. Also alle 16 Minuten gibt es einen Suizid. Ist wahrscheinlich jetzt eine Statistik von 2015 oder so oder von dem aktuellen Jahr, wo der Song rauskam. Gehe ich mal davon aus. Könnte auch anders sein. Vielleicht von den letzten Jahrzehnten oder so zusammengerechnet und dann den Durchschnitt genommen. Ja. If you know or anyone you know suffers from suicidal thoughts and depression, please call the National Suicide Prevention Lifeline. Ähm, die gleiche Nummer wie in der Beschreibung. Also, äh, ja, die Telefonseelsorge, so heißt es ja in Deutschland, ähm, könnt ihr gerne anrufen, falls ihr auch das Problem habt. Wenn ihr da eine Person kennt, sprichst sie an, seid die erste Person, äh, die dieser Person einfach auf den richtigen Weg wiederhilft. Ähm, ist es definitiv eine schlimme Zahl, alle 16 Minuten. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, durch Corona ist sie sogar noch niedriger geworden, dass es weniger Minuten sind, was es nicht besser macht. Also, es macht es alles, äh, schlimmer. Und, ja, ist definitiv ein krasses Thema. Ist definitiv, ähm, immer noch ein Thema, was aktuell ist. Deswegen habe ich jetzt darauf reagiert, obwohl das Video schon vor sechs Jahren rauskam. Ist mir einfach mal wichtig, dass es vielleicht jetzt sogar mal im deutschen Raum mehr drauf reaktet wird. Obwohl es ein sehr altes Video ist, wird wahrscheinlich, äh, für die meisten Leute zu wenig Klicks ziehen. Obwohl es ein Thema ist, was, ähm, wo man nicht wegschauen darf. Deswegen, äh, schreibt gerne also mal einen Kommentar, wie ihr das Video findet, die Message. Ähm, lasst gerne ein Abo, Like, ebenfalls da. Falls euch, ähm, ja, diese Musikreactions auch mal von deeperen Videos gefallen. Ähm, da, damit ich, äh, das so ein bisschen einschätzen kann, ob das was hier feucht ist. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, habt noch einen schönen Tag. Euer Torben.